Yo Leute, ihr kennt doch mit Sicherheit noch diese Jelly Straws, oder? Ich hab die vor langer Zeit ja schon mal probiert und dabei bin ich fast gestorben. Und da ich jetzt leicht traumatisiert bin, dachte ich, ich fräse sie dieses Mal einfach ein. Hier ein bisschen Faceball. Schaut euch mal diese süße Verpackung an, die ist richtig uvo. Okay, ich probiere erstmal Apfel und dann Strawberry. Cheers! Okay, der Geschmack ist richtig geil. Richtig erfrischend. Und auf dem ersten Moment schmeckt es wie normales Wassereis, aber dann im zweiten Moment wird es halt so ein bisschen Jelly-mäßig. Okay, jetzt die Sorte. Damn! Ich glaube, ich möchte das wirklich ausprobieren. Das ist echt, das ist echt der Wahnsinn. Scheiß auf Wassereis, ab jetzt gibt es nur noch das.